Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von aren-dk. In diesem Video werde ich als Wednesday Addams Murder Mystery 2 spielen. Und wenn ihr das sehen wollt, bleibt auf jeden Fall bis nach dem Intro da. Viel Spaß. Unschuldig, not all. Wednesday ist ja jetzt auch nicht so die Unschuldigste. Wir alle haben wahrscheinlich schon die Netflix-Serie Wednesday gesehen, die neu rauskam. Wenn ihr es noch nicht getan habt, guckt sie, wenn ihr über 12 seid. Und die Serie ist ab 12. Das hat auch, finde ich, einen guten Grund. Das heißt, wenn ihr noch nicht über 12 seid, braucht ihr entweder das Einverständnis eurer Eltern. Oder ihr dürft sie nicht gucken. Oder ihr seid immer 12. Ich habe sie sofort geguckt und wir hören auch schon, beziehungsweise ich höre, dass Leute umkommen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Lass mich doch... Oh, oh. Och, schade, schade. Wir sind unschuldig. Und wie ihr jetzt eventuell erkennt, trage ich ein anderes Outfit. Und wenn ihr Wednesday geguckt habt, dann wisst ihr auch, welches Outfit ich trage. Ich trage das Outfit vom Rabentanz, beziehungsweise Raven Dance. Und ich finde das mega cool. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dieses wunderschöne Outfit gemacht habe, dann guckt gerne bei meinem neuesten YouTube-Short vorbei. Dort habe ich euch die genauen Produkte gezeigt, die ihr kaufen müsst. Und auch die Robux, die ihr ausgeben müsst. Und dann könnt ihr euch genauso verkleinen, wie Wednesday Addams beim Rabentanz und wie ich hier gerade. Ich raste aus. I'll dance, dance, dance with my hands, dance, dance above my head. I'll dance, dance, dance. Ja, klar. Das mag Wednesday doch sehr gerne. Das mag sie sehr gerne. So. Was machen wir? Bye. Oh. Oh nein. Oh. Pff. Ja, bye. Oh. Ich glaube, sie ist hier hingelaufen. Und ja. Bye. Sie sieht aus wie die Therapeuten. Von Wednesday. Ich habe sehr viel Angst, weil ich bin jetzt hier in so einer Zwickmühle. Vielleicht ist jemand davon Sheriff. Ah. Hilfe. Hilfe. Okay. Ich setze meinen Ghost ein. Warte. Ich renne hier hin, dann bin ich ein bisschen näher. Und jetzt setze ich Ghost ein. Vielleicht steht dort ja jemand. Um der Egge. Steht jemand um der Egge. Hehehe. Hehehe. Yay. 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 So. Jetzt gucken wir mal hier vorbei. Hier ist niemand. Nein. Nein. Jetzt habe ich meinen Ghost eingesetzt. Unnötig. Ach, habe ich doch nicht. Ah, gut. Alexa. Stopp. Sheriff. Wo bist du? Ich setze meinen Ghost ein. Kann ich gar nicht. Mann. Wo ist denn der Sheriff, Leute? Wo ist denn die letzte Person? Ich verzweifle. Leute, nein. Wo ist die letzte Person? Ich checke hier jetzt nochmal. Ja. Komm schon. Das war nicht die letzte. Nein. Nein. Oh, nö. Oh, nö. In solcher Situation will ich X-Ray. Ich habe X-Ray, glaube ich, sogar. Aber ich habe es halt nicht ausgerüstet. Oh, nö. Und ist jetzt doof. Oh, nö. Wo waren die letzte Person? Mann. Leute. Nein. Ich habe die Sheriff habe hier gehabt. Ich hatte sie. Ich hatte sie. Ich hatte sie. Ich hatte sie. Und dann wurde ich von hinten. Oh, Mistekiste. Wer haben wir denn da? Ich würde ja gerne die Shadow Waffe an mich nehmen. Da habe ich nichts dagegen. Okay, jetzt brauche ich die Shadow Waffe. Jetzt muss ich sie. Jetzt muss ich nur noch auf sie warten. Da ist sie. Mann. 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 Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, glaube ich, noch eine Runde nach der zu spielen. Weil ich nehme schon wieder 27 Minuten auf und das ist sehr, sehr viel. Ich muss es ja auch schon noch schneiden, dass das Video heute online kommt. Deswegen muss ich mich ein bisschen daran halten. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war der Sheriff. Komm schon, Arjan, komm schon, you can do it. Nein! Sie war doch gerade eben schon. Hä? Das ist einfach dasselbe Szenario wie gerade eben. Das ist dasselbe wie gerade eben. Sie war Mörderin schon wieder und dort wurde der Sheriff gekillt. Dann habe ich die Waffe geholt und ich habe, wurde in der Ecke dort gekillt. Ich bleibe euch das jetzt ein. Oh nein! Das war der Sheriff. Komm schon, Arjan, komm schon, you can do it. Nein! Sie war doch gerade eben schon. Hä? Das ist einfach dasselbe Szenario wie gerade eben. Das ist einfach dasselbe wie gerade eben. Alles klar, Leute. Wir sind Mörder. Wuhu. Wuhu. Ich freue mich. Ich freue mich. Hat ja auch lange gedauert. Der Sheriff schießt hier rum wie sonst was. Die Frage ist nur, auf wen schießt er? Das ist natürlich doof. Ich bekomme dich. Ja! Ne, warte. Ich will nicht vor der Waffe campen. Deswegen renne ich mal hier rum. Scheibenkleister. So. Hi. Na? Geht's dir gut? Guten. Ich liebe diese Frau auf TikTok. Ich finde die richtig cool. So, fürs Thumbnail. Ich bekomme dich. So. Das ist fürs Thumbnail. Ich sollte vielleicht nicht mit der Waffe rumlaufen. Ah. Hi. Na? Geht's dir gut? Jetzt stelle ich mir eine Frage. Wo ist die letzte Person? Ah. So, da liegt die Sheriff-Waffe. Hier gibt's halt ein paar Verstecke. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich alle Verstecke absuchen müssen. Da freue ich mich ja drauf, Mensch. Minion. Also, das war schon mein Lebenswunsch immer. Jetzt hier alle Verstecke abzusuchen. So, hier ist auch niemand. Hier habe ich gerade eben jemanden erwischt. Wahrscheinlich die persönliche AFK ist oder so. Und irgendwo gespawnt ist, wo ich mich gesucht habe. Nein. Ja. Wuh. So, nochmal ein Thumbnail. So, so. Und dann wäre der Chat war offen. Der Chat war offen. Der Chat war offen. Yay. Nice, Leute. So, die Party geht, glaube ich, draußen schon richtig ab. Ich höre hier schon voll viele Geräusche. Ja, die Party geht definitiv ab. Vielen Dank. Ich bin richtig dummer Esel. Ich wollte ein YouTube-Short posten. Könnt ihr gerne vorbeigucken? Nein. Ich wollte ein Short posten. Ich poste das jetzt schnell zum Outfit vom Rabentanz. Oh, nein. Alles klar, Leute. Die letzte Runde für heute. Und ich muss niesen. Oh, nein. Oh. Hi, na. Wie geht's dir? Ja, tschüss. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und ein Abo da. Ich muss jetzt noch das Video schneiden. Da bin ich absolut nicht bereit. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ciao. Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.